Hallo ihr Getoasteten und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft EMPPVP, oder? Na, ich glaube, ihr denkt auch nicht, dass ich heute wirklich EMPPVP spielen werde. Denn, also wenn ihr die Länge des Videos anguckt, denn, ja, was soll ich sagen? Lass mal gucken wir mal in meiner Ender-Chest. Hm, ich hatte doch in den letzten Sachen, ganz viele Sachen drin, oder? Oh, oh, mich da. Überraschung. Ah, na, okay, dann geh ich los mit meiner IS und nehmen wir mal Sachen raus. Oh, nein. Jemand hat mich ausgeraubt. Was für eine Überraschung. Ganz ehrlich, Leute, ich hab einfach, guck mal hier, das ist so ein Hobbyloser Spaß, der das gemacht hat. Der hat sich mehrmals rübergebaut. Da, guck, guck euch das an. Und diese Kissen, die ihr da seht, ich hab das ja alle könnt, ob die fallen drin, um euch das ranzusuchen. Aber, so, solche Spasten wie Ehe da klauen mir alle Sachen. Ich, ich weiß gar nicht, wie konnte ich mir überhaupt mal ne Kiste wegnehmen. Leute, ich hab auch, um ehrlich zu sein, keinen Bock mehr, einfach noch was zu machen. Auf dem Kanal, hier, hier, hier. Das war ich nicht, ey. Oh, ich hab einfach keinen Bock mehr irgendwas, äh, nicht auf dem Kanal zu machen, nein. Und zwar, kein Bock mehr, das wieder alles, äh, arbeiten sozusagen und so, damit ich wieder sozusagen gehackt werde. Das ist aber so ne große Scheiße, dass sie jetzt auch nicht, äh, auf dem Server regeln, also, um, regeln. Damit sie, sie können das nicht mal regeln, warum? Das erschließt sich mir nicht im Sinn, ich kapier das einfach nicht. Und ich hab auch wirklich keinen Bock mehr, ich bin auch so angepisst jetzt, weil ich hab das jetzt gerade eben bemerkt. Und, ja, und um euch noch ein Entschädigung zu geben, hab ich mir lieber noch das Video gedreht, damit ihr jetzt wirklich das Beweis seht. Äh, ich bin ein bisschen erschüttert, aber soll ich machen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen, ich weiß nicht, falls da noch was möglich ist, aber... Ja, trotzdem, ja, an dieser Stelle war's das einfach mal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, lasst dich, lasst dich, lasst dich. Ich glaub nicht, dass es niemand von euch gefallen hat. Oder, also, halt eben, dass ihr jetzt froh darüber sein wollt, aus dieser Trader. Ja, scheiße, ne? Aber, was soll man machen, um Leben, das Leben wird weiter. Dann würde ich Ihnen sagen, einfach mal, show. Weee!